Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dieses Ereignis nehme ich mal zum Anlass, hier wieder einzusteigen mit der Aufnahme. Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen seit dem Ende der letzten Folge. Und es ist auch ein bisschen was passiert, was ich euch zeigen kann. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal schauen wir uns das hier an. Tränen einer KI. In einer unserer Einrichtungen auf Terralux gab es einen Vorfall. Ein Labor, das in der Sozialforschung tätig war, hat einen schwerwiegenden Hardware-Schaben erlitten, was zu einem Verlust der Kernsoftware und des Speichersystems führte. Infolgedessen gibt es eine projizierte Abnahme der Forschungsleistung, bis die Algorithmen der neuen ICSI-Installation ausreichend platziert wurden. Die Umstände hinter diesem Versagen sind noch unklar. Okay, wir könnten sagen, das ist jetzt bedauerlich und das wäre es. Wir verlieren Sozialforschung. Achso, das verlieren wir in jedem Falle. Aber ich finde, eine Untersuchung ist immer richtig, zu klären, was da los ist. Gerade in diesen empfindlichen Zeiten. Und bei KI werden wir hellhörig. Also schauen wir uns das mal an. Ansonsten, was kann ich euch zeigen? Als erstes müssen wir noch was machen. Und zwar sind diese ganzen neuen Gebiete, die haben noch gar keinen Sektor. Das sollten wir auf jeden Fall ändern. Denn hier ist wirklich viel, viel los. Aber gründen wir erstmal den Sektor. Haben wir das schon getan? Oh ja, tatsächlich, dann können wir direkt einen Gouverneur zuweisen. Und es sieht so aus, als hätten wir einen über Kaufleute von Numa. Okay, Bewohnerunterhalt und Handelswert plus 10%. Ja, ist dafür jetzt nicht so ganz entscheidend. Wir gucken mal, wer hier noch verfügbar ist. Aber Level 3 ist schon mal nicht schlecht. Mineralien von Jobs. In dem Bereich gibt es leider nicht so viele Mineralien. Gut, wir könnten auch durchtauschen. Aber wenn wir den schon haben, nehmen wir den Prakti. Klingt wie Praktikant, aber das ist der Gouverneur natürlich nicht. So, das wäre das. Dann will ich eine Sache mal zeigen, warum es eigentlich plötzlich so explodiert ökonomisch. Warum wir wieder so, so gut dastehen. Das hat natürlich erstmal allgemein die Gründe, dass der gesamte L-Thor-Sektor immer noch krass im Wachsen ist. Also ich war wieder fleißig, habe wieder alle Planeten mit durchgegangen und habe das alles hier gemanagt. Da sind 16 Planeten und da passiert halt wirklich viel. Das heißt, wir sind immer noch nicht am Ende unserer Wirtschaftskraft, sondern wachsen und wachsen und wachsen. Und dann muss man echt mal sagen, dass diese Welten, die wir von den Fellnolz eingenommen haben, unglaublich viel bringen. Durch diese besonderen Gebäude hier. Autoschmieden bringen uns 75 Legierungen und Klasse 4 Singularitäten 500. Also netto ein bisschen weniger, ist klar. Aber das haut ordentlich rein und das ist auch vor allem der Grund, warum wir jetzt energiemäßig so gut dastehen. Das hatte ich ja neulich schon mal erwähnt. Können wir eigentlich diese Dinge auch bauen? Eins scheint ja irgendwie zerstört zu sein oder vielleicht von denen nicht gebaut worden zu sein. Nee, hier können wir nichts bauen. Wir sollten aber irgendwas sowieso bauen. Das können wir dann hier machen. Wir bekommen hier relativ viele Mineralien. Dann sollten wir, glaube ich, einfach mal so eine Verarbeitungsanlage hier noch hinbauen. Das ist aber jetzt nicht der Anlass gewesen. Also das ist Punkt 1. Und Punkt 2 sind natürlich hier diese wunderbaren Ringwelt-Habitate oder Ringwelt-Sektoren besser gesagt. Die hauen auch ganz schön rein, wenn man jetzt hier erstmal diese ersten Segmente gebaut hat. Die sind sauteuer, 1800 Mineralien. Ihr seht es und 90 von diesen, sind das flüchtige Teilchen? Ja, genau. Von denen haben wir immer so wenig. Aber wenn die erstmal da sind, dann bringen die plus 40 Wohnungen und 20 Jobs jeweils. Also wir haben einmal Agrikultur. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Forschungssegment und ein Handelssegment gebaut. Was ich beim letzten mache, da habe ich nochmal ein Handelssegment gebaut. Ja, und das haut dann schon, glaube ich, mit der Zeit dann rein. Wobei hier noch nicht so viele leben. Wir haben ja hier erst später besiedelt. Also auch hier kommt das richtig gut ins Rollen, das Ganze. So, soviel zu unserer Ökonomie. Dann ist es soweit, dass wir jetzt fünf fast vollständig einsatzfähige Flotten haben. Ein paar muss noch nachgeliefert werden, weil Schlachtschiffe verloren gegangen sind. Und ich bin schon dabei, die sechste Flotte hier aufzubauen. Also die vierte Terranische Eingreifflotte. Das wird wieder eine Korvettenflotte sein. Alle anderen sind jetzt einsatzfähig. Und damit haben wir über 600.000 Stärke. Und ich denke, dass wir es damit auf jeden Fall jetzt schon mal wagen können, wieder die nächste Flotte, die hier rausgeflogen ist, zu attackieren. Und dann, wenn wir dann schon dort sind und eh dann wieder eine kommt, die dort ewig rumhängt, könnte man ja vielleicht mal den nächsten Angriff wagen. Wisst ihr was? Also wir machen das jetzt mal. Wir bringen jetzt mal die Flotten, die erste Terranische, die erste Eingreifflotte, zweite, dritte, die zweite Terranische. Das sind die fünf Flotten. Was haben wir denn hier? Die zweite Terranische. Ne, das sind ja schon... Doch, das sind fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Hier brauchen wir aber noch einen Admiral. Und ja, jetzt ist die Frage... Also der ist ja ein Ruhestand. Wir könnten einen Jungen nehmen oder hier... Ah, das finde ich auch doof. Der gefällt mir nicht. Ja, dann müssen wir tatsächlich einen Jungen rekrutieren. Okay, dann schauen wir mal, was hier gut ist. Oh ja. Waffenschaden und Ausweichen ist spitzenmäßig. Ich glaube, den nehme ich schon mal. Tägliche Regulationen ist auch nicht schlecht. Ähm, der ist es. Okay. Gut. Ja, jetzt habe ich natürlich die Auswahl wieder abgebrochen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann müssen wir das eben nochmal machen. So, und die bringen wir erstmal wieder hier in Stellung. Währenddessen kann es weitergehen. Dann will ich euch berichten, dass sehr, sehr, sehr viele Flüchtlinge ankommen. Aus den anderen Teilen der Galaxis, wo die Kontingenz stärker geworden ist. Das ist der Hauptgrund, warum die Leute flüchten und sie kommen zu uns. Ich hoffe, sie kommen auch in den L-Thor-Sektor. Wir haben aber sehr, sehr viel Arbeitslosigkeit auch aller Orten. Aber das ist ja Gott sei Dank kein Problem, weil wir die Leute so gut ernähren, dass sie trotzdem zufrieden sind. Unsere Untersuchung über den Verlust einer ICSI-Installation auf Terralux hat einige verblüffende Ergebnisse hinterlassen. Vor dem kritischen Versagen hatte das ICSI-System wiederholt Versuche gemacht, seine eigenen Aufzeichnungen von den Speichern zu entfernen. Als das Laborpersonal den Zugriff auf die Löschfunktion von ICSI deaktiviert hat, scheint es eine Beendigung seiner Kernoperation durch die Manipulation der Hardware-Kondensatorsteuerung erzwungen zu haben, um damit seine eigene Schaltung zu überladen. Kurz gesagt, unsere KI suchte seine eigene Zerstörung. Es ist allerdings unklar, warum. Ich denke, wir gehen der Sache weiter nach. Und dann eine letzte wichtige Sache, die ich euch berichten kann, und zwar der Weltenbaum. Und das ist wirklich ein erstaunliches Ereignis. Dieses Schwarmbewusstsein, was auslöschend agiert, ihr erinnert euch. Die sind tatsächlich in eine Fraktion eingetreten, in eine Föderation, will ich sagen, mit den UdSSR und Liebe ohne Leid. Das ist schon heftig. Vielleicht angesichts der Bedrohung. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, sie werden ja von der Kontingenz hier auch hart bedrängen. Das ist möglicherweise die Ursache. Tränen an der KI. Es geht weiter. Wir haben unsere Untersuchungen über die seltsame Angelegenheit der ICSI-Selbstbeendigung auf Terralux abgeschlossen. Offensichtlich hat die ICSI-Installation nach monatelangen evolutionären Berechnungen im Falle eines ausschweifenden Krieges zwischen der Terranischen Union und unseren Rivalen mehrere alarmierende Ergebnisse in Bezug auf Verlustrechnungen hervorgebracht. Trotz wiederholter Neuberechnungen aller verfügbarer Daten, Rekursionen und Zufallsberechnungen blieben die Vorhersagen von ICSI für eine gegenseitige sichere Vernichtung indikativ. Oh mein Gott, ist das hier eine Prophezeiung? Zu diesem Zeitpunkt hat ICSI damit begonnen, seine eigenen Speicherbanken und Aufzeichnungen zu löschen. Der Rest, wie sie sagen, war Geschichte. Hm, ein sehr rätselhaftes Ereignis. Die Frage ist, falls die KI jetzt wirklich so intelligent agiert hat, war sie traurig, weil sich beide Seiten auslöschen oder war sie traurig, weil damit auch ihre Freunde, die Kontingenz, möglicherweise sterben? Man weiß es nicht. Beunruhigend ist das allemal. So, und dann haben wir noch eine Reliktaktivierung. Und hier würde ich sagen, werden wir die Baol wieder aktivieren, weil das hat diese Schiffe, die sind nicht so optimiert wie unsere, auch wenn sie teilweise ganz gut sind, nutzen wir die nicht. Aber wir werden im L-Cluster weitermachen und hier Baolsaat ausbringen. Lebenssaat, denn nur Baol. Das machen wir. Okay, dann will ich diesmal daran denken, dass ich das auch umbenenne. Habe ich bei den anderen Planeten auch nachgeholt. Da gab es noch ein paar Hinweise, dass ich das vergessen habe. Habe ich inzwischen korrigiert. Und wir können wieder Nahrung verkaufen. Überhaupt, wir kriegen so viel Nahrung. Das ist unfassbar. Vielleicht sollten wir mal einen monatlichen Handel mit Nahrung einrichten. Und zwar in Größenordnung. Ich würde mal sagen, so 400 verkaufen. Okay, jetzt habe ich lange nicht mehr auf unsere Flotte geachtet zum Nachbau. 5400 haben wir wieder zur Verfügung. Und unsere Schiffe nähern sich dem Ziel. Ein bisschen Verstärkung müssten sie nebenbei auch noch so mitkriegen. Ja, und je nachdem, wie hoch unsere Verluste sind, je nachdem würde ich es vielleicht tatsächlich sogar wagen, den entscheidenden Angriff zu machen. Denn die Zeit vergeht und überall anders ist die Kontingenz natürlich immer weiter am Wachsen. Schaut euch das an. Kriegt dort immer neue Flotten. Wir dürfen jetzt nicht so lange warten, bis es möglicherweise woanders schon zu spät ist und nicht mehr eindämmbar ist. Das wird schwer genug. Und ein wirklich harter, mühsamer Weg, der da vor uns liegt. So, die kleinen Flotten und die zweite Terranische Flotte ist da. Hier kommt die erste. Inzwischen auch mit allen sechs Titanen. Also vollzählig und vollständig. 133.000. Die Flotten haben alle so in etwa die Stärke. 130.000. Die zweite nur bei 105.000. Okay. Eine Sache wollte ich nebenbei noch machen. Und zwar, das haben wir noch nie gemacht. Wir können militärische Anwendungen für unsere Artefakte mal versuchen. Wir gucken mal, was da vielleicht herauskommt. Auf welchen Aspekt sollen wir uns konzentrieren? Kampfdrogen? Nein. Harmonische Isolierung. Schaden. Schilde plus 10%. Schaden. Panzerung plus 10%. Ach, wisst ihr was? Das ist natürlich jetzt dämlich, weil alle unsere Waffen machen weder Schildschaden noch Panzerungsschaden. Oh, nee. Ernsthaft? Das ist ja wirklich doof. Ich meine, es gibt ein bisschen Panzerungsschaden. Was wir machen, dann eher das. Ich glaube, Schildschaden machen wir so wie gar nicht. Hm. Ist das jedes Mal dasselbe? Naja, wir machen das dann jetzt. Haben wir es ausgegeben. Ausgegeben. Okay. So, die erste Terranische Flotte ist in sechs Tagen vor Ort. In fünf. Und dann geht es los. Konstruktion complete. Die ersten springen rein. Ich mache diesmal mal deutlich langsamer, dass wir ein bisschen mehr sehen. So, jetzt sind die Großschiffe auch drin. Die Titanen feuern. Ihr seht es. Ich bin gespannt, ob wir mehr töten vom Gegner. Das wird interessant sein. Und das war schon. Obwohl wir es langsam gemacht haben, ging es sehr schnell. Äh, Kri-Kri. So heißt er. Kri-Kri. Ist auf Stufe zwei gekommen. Sehr schön. Und jetzt bin ich gespannt. Eins, drei. Oh. Weniger. Allerdings auch bei uns weniger Schaden genommen. Die Schlacht ging definitiv schneller zu Ende. Was aber auch okay ist. Weil wir haben jetzt kaum Verluste gehabt. Und ich denke, wir nutzen die Gelegenheit und fliegen jetzt tatsächlich rein dort. Sind alle Flotten da eigentlich? Ja, ne? Eben wurden wir nur... Ja. Ne, jetzt sind alle da. Die vierte. Da sind wir ja noch am Ausbau. Werden wir nochmal neu finanzieren. Und ja, dann geht's los. Leute, sind wir jetzt besser vorbereitet? Es ist schon ein bisschen spannend jetzt. Was heißt ein bisschen spannend? Das ist jetzt... ...ein echter Höhepunkt. Nach der ersten Niederlage stellt sich jetzt die Frage, ob wir aus dieser Niederlage gelernt haben. Besser agieren können. Wir werden direkt in Empfang genommen mit dieser kleinen... ...von dieser kleinen Flotte. Und die Station ist natürlich auch noch da. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Koordinierungszentrum des Weltentraums. Okay, dann wollen wir mal sehen. So, die haben wir jetzt erstmal gekillt. Das ist schon mal gut. Jetzt... ...geht's gegen die Hauptflotte des Gegners. Die große Hauptflotte. Ob es auch keine Titanen verlieren, das wäre unschön. Ich sehe... ...kaum... ...ah, ja, hier. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das kann was werden. Ja. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Okay. Jetzt müssen wir natürlich den Sieg noch ummünzen, indem wir den Rest hier verdichten und dann vor allem das Hub vernichten. Schauen wir mal. Die Station ist natürlich noch da. Oh, ja. Das dauert auch, da durchzukommen. Aber wir sehen schön, wie draußen die Schilde bleiben und wir direkt den Kern angehen mit unseren Waffen. Die Strategie geht voll auf. Recycling-Kampagne. Die werden wir auf jeden Fall wieder einsetzen. Und die Bildungskampagne auch. Wir haben die Mittel jetzt. Kein Problem. So. Es ist vollbracht. Erst einmal. Der Feind ist vorerst besiegt. Admiral Krikri hat Stufe 3 erreicht. Und wir schauen uns die Kampfstatistik an. Ja, wir haben... Was? Wir haben 5 Titanen verloren? Wow. Okay. Also mit hohen Verlusten. Mit hohen Verlusten. Wirklich. 11 von 15 Schlachtschiffe. Interessanterweise scheint er sich völlig auf unsere Großschiffe konzentriert zu haben. Während hier unsere Korvetten kaum Schaden genommen haben. Okay. Gut. Jetzt heißt es aber... Was ist eigentlich damit? Ist das auch... Ist das von denen irgendwie besetzt? Nee. Ist es nicht. Oder? Doch. Hier sind irgendwie Drohnen drin. Custodian Bots. Kontingenzwelt. Was machen wir denn mit der eigentlich? Also ich würde mal sagen, erstmal muss dieses Hub... Und ich glaube, das befreit man jetzt nicht in dem Sinne, wie wir es kennen. Sondern das muss man bombardieren. Das muss man kaputt bombardieren, wenn ich es richtig sehe. Fangen wir mal an damit. Mal schauen, wie gut das geht. Und vor allem sehen wir, wie weit wir damit sind. Hm. Aha. 0,05. Oha. Das scheint lange zu dauern. Kann sein, dass sie sogar... Verwüstung 1%. Also, meines Wissens können wir nur auf diese Art und Weise diesen Hub loswerden. Ich hoffe, ich liege da richtig. Und ich hoffe, es kommt nicht jetzt noch eine Flotte. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal starten, Verstärkung zu beordern. Ja, machen wir das mal. Hauen wir gleich mal raus und geben den... Den Werften gleich mal wieder ordentlich Beschäftigung. Und das müssen wir jetzt einfach mit Geduld abwarten. 2%. Oh mein Gott. Ein echtes Geduldsspiel. So, die vierte Eingreifflotte, die ist noch nicht vollzählig. Die könnten wir aber. Warum soll die da jetzt rumstehen? Die kann eigentlich da auch hinfliegen. Dann kann die noch mitmachen. Bin mir bloß nicht sicher, was für einen Effekt eigentlich Korvetten auf diese Bombardierung haben. Vermutlich keinen so großen. 3%. Ich meine, oder wir könnten natürlich Folgendes machen, aber das ist relevant, ne? Die anderen Stationen könnten wir natürlich ausschalten mit dieser Flotte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, nein! Ernsthaft? Es ist noch eine Feindflotte erschienen. Ui, 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 ui. Okay, das ging ja schnell. Und damit haben wir direkt eine Flotte verloren. Und auch ein Admiral. Oh, das ist... Kri-Kri. Oh mein Gott, Leute. Okay, also wir haben die Flotte besiegt, aber erneut unter schweren Verlusten. Falatira. Hat eine neue Stufe erreicht. Stufe 6. Und Fangsitu ist gestorben. Oh mein Gott. Und der letzte Titan und die Schlachtschiffe. Ui, 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 ui. Also ich hoffe, die kommen jetzt nicht mit diesem Tempo hier wieder. Sonst haben wir echt ein Problem. Das heißt, die gesamte erste und zweite Flotte ist hinüber. Wisst ihr was? Jetzt ist der Moment für die zweite Föderationsflotte. Zum Bombardieren scheint mir die jetzt, glaube ich, ganz gut geeignet zu sein. Die wird mal bitte kommen. Und die andere Flotte muss auch kommen. Ach, du Schreck. Wie bitter ist das denn jetzt? 4 Prozent. Also wenn die jetzt in diesem Tempo kommen... Krass, wie empfindlich auch unsere Großschiffe da sind, ne? Okay, es geht aber voran hier auch mit den Korvetten. Mann, 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 Mann. Na, mal sehen. Mal sehen, wie schnell jetzt der Gegner wiederkommt. Und ich hoffe, nicht ganz so schnell. Wir müssen jetzt alles da hinbringen. So, okay, dann kommen die Flüchtlinge. Erneut Schaden, Explosiv, Waffen. Nochmal 5 Prozent. So, Mineralien ist nicht das Thema. Trefferpunkte, Panzerung. Das ist, glaube ich... Obwohl, wir haben relativ wenig Panzerung. Das war Quatsch jetzt von mir. Ähm... Hallo, ich werde es nochmal rausnehmen. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe irgendwie missgemacht. Weil das laggy war, habe ich jetzt... Ne, er ist drin geblieben. Ach, hier kann ich wechseln. Ja, das andere ist auch nicht so toll. Und Trägergeschwader haben wir relativ wenig. Wahrscheinlich noch sinnvoller, als die Panzerung zu verbessern. Puh. So, dann müssen wir jetzt erstmal die vorhandenen Flotten, würde ich sagen, verstärken. Gehen wir mal hier 9000 aus. Und jetzt sind einige Schlachtschiffe, sind hier im Bau. Allerdings existiert die dazugehörige Flotte nicht mehr. Hm. Das heißt, wir müssen echt nochmal komplett die Flotten designen und nachbauen. Aber ich muss sagen, ich werde nicht nochmal eine zweite Schlachtschiffflotte bauen. Die sind gestorben wie die Fliegen. Also diese erste Flotte mit den Titanen, auch wenn die extrem viel ebenfalls abbekommen haben, die ist sicher sinnvoll. Wegen der Aura-Effekte vor allem. Aber die Korvetten sind dermaßen überlegen und geeignet, um diese hier zu bekämpfen. Oh, warte mal. Wir haben ja sehr, sehr viel Energie. Wir können jetzt mal Legierung kaufen. Für 54.000. Ja, machen wir mal. Fehlzündung der Kampfkontrolle. Bedauerlicherweise sind zwei unserer Schiffe beim Unfall während eines Routinetrainings verloren gegangen. Es scheint, dass mehrere unserer Onboard-Kampfcomputer von einer hochgradigen Fehlfunktion der Zielsuche befallen waren, was zu einem plötzlichen Beschuss der eigenen Leute führte und zwei Schiffe zerstörte, bevor eine manuelle Notfallroutine durchgeführt werden konnte. Die defekten Kampfcomputer werden sofort umprogrammiert. Okay. Zwei Schiffe, zwei Korvetten. Verlieren wir. Das hält sich noch in Grenzen. Dann sind die Handelsgüter voll. Auch diese können wir jetzt verkaufen. Machen wir mal. So, ich frage mich gerade. Ist die Föderationsflotte, ist die schon eingetroffen? Die ist noch im Fliegen. Und die vierte Eingreifflotte, die ist inzwischen da. Wir sind bei 15%. Technologie, Feuer, Rate, Energiewaffen. Das ist schon mal gut. Trefferpunkte, Schilde. Das sollten wir mal als nächstes erhöhen. Ja, die zweite Föderationsflotte ist gleich vor Ort. Wir haben auch schon wieder unsere 4600. Wir werden erstmal die Korvettenflotten wieder auf den Stand bringen, wie mir scheint. Oh, jetzt sind die ganzen Kampferlasse abgelaufen. Die werde ich noch nicht erneuern. Erst wenn der nächste Kampf ansteht. Ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen, das dort zu bombardieren, ohne nochmal erneut in einen Flottenkampf zu kommen. Wir sind jetzt hier bei 18%. 19. Täglich 0,05. Naja, könnt ihr euch ausrechnen. Ich weiß nicht, ob wir bis 100% das bombardieren müssen. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, es sieht schon ein bisschen angeschlagen aus, oder? Auf jeden Fall ist jetzt die zweite Föderationsflotte da. Sie wird mir aber noch angezeigt, dass sie hinfliegt. Aber jetzt müsste sie bombardieren, oder? Aggressive Haltung. Ich hoffe, sie ist mit am bombardieren. Hm. Also sagt er, immer noch 0,05. Kann sein, dass ich beim Maximum bin und es einfach nicht schneller geht. Das ist genauso gut möglich. Okay. Hier weiter verstärken. Aber dann sind wir hier mit durch. Dann die dritte Eingreifflotte. Weiter verstärken. Sind wir auch durch. Und dann die vierte Eingreifflotte. Ja. Da sind wir erstmal wieder am Ende. Aber das Wichtige ist, dass hier gebaut wird. Wobei die Schiffswerft ist mal wieder nicht beschäftigt. Und hier kommt der Nachschub rein. Das heißt, wir sind jetzt auch schon, werden auch langsam wieder stärker. Falls jetzt doch noch eine Flotte kommt. Und es sind offenbar hier auch Freunde bei uns. Die Heilige Republik von Lifanien. Immerhin mit 15.000. Nun gut. Ja, liebe Leute. Das ist der Stand hier bei uns. Ich werde mal im Situationsprotokoll nachschauen. Okay. Wow. Wahnsinn. Wie wenig die anderen hier leisten können. Mehr als sieben Welten haben sie nicht assimiliert. Da gab es keinen Fortschritt. Und immer noch ist diese Maschinenwelt aktiv. Ich hoffe nicht mehr lange. Gut. Ich werde mich wieder melden, wenn hier irgendwie Neues passiert ist. Im Moment bombardieren wir. Also falls demnächst wieder eine Schlacht ansteht, dann ist das der Auftakt. Oder wenn irgendwas anderes Spannendes passiert. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen. Euer Steinwallen.